So Leute, nun sind die ganz schweren Jungs dran, im Superschwergewicht, treten an für den Boxballspirit Frankfurt in der roten Ecke, China Luca De Masi, und für den gastgebenden CSC Frankfurt in der blauen Ecke, Tomisav Kamen Yasebi. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert unseren Kanal, euer Team, Partner, der Verein. 1, 2, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 5, 5. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ja, gut, gut! gut! gut, 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 gut! Los geht's! 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 Applaus 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 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 1, 2, 1, 1. komma rein impedance Bureau Motor Applaus Amin! 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 Applaus 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 Knappes Sieger an den Punkt ist der Krimpfer aus der Vorfeld geladen. Und das ist noch mal ein ganz schönes Lauf. Applaus 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 Applaus